und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live viel spaß beim zusehen machst du wieder ein unboxing ach so die energie punkte gehen aber ich doch gut drauf automatisch Oh na bleib hier bleib hier Müsste ich das zu zwingen noch ein Video aufzunehmen Deinem danke Oh du bist fertig Du bist fertig Oh Interesse 100 Nice Jetzt Buster kaufen Ja 2$ bringen mir jetzt nicht viel Und das war Essen Na wobei Na ja schlafen genau Hallo Schatz Aber auch schwierig die Leute immer zu treffen wenn die Ranz herumlaufen Hilfe Ja ok Hier Tony Nenn ich dich einfach mal Mach's Aber dann Das ist ein völlig schlimm gerade 50 und dafür das ein Halloween Körbe ist War das das wert 10% Abonnenten also Das bringt halt ein bisschen was ne Geld brauchen wir sowieso nicht rum kümmern Noch ein Walkthrough Noch ein Walkthrough Auch wenn es mir nichts mehr bringt Oh äh bloß nicht Vertrag überprüfen 6 Monate verlängern Von mir aus gerne Ich hab das Geld Warum machst du nix? Du musst Video aufnehmen Deswegen die alles Video aufnehmen Ja ok Von mir aus Kein Problem Ja ok Die sind halt alle besser als ich fast Aber die sind Nein Ische Stopp Aber du Ah Ein Strike Hallo Danke Problem lösen Kein Problem Ok 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 Vor allem auf schlechteren PCs sind die besser Ach man Das ist traurig irgendwie Noch ein Gameplay Ja mit den Mitarbeitern sieht es nicht so prall aus aber wir sollten die Schifffrau reparieren oder wir könnten jeden Moment sinken Mit Mach das bevor es zu spät käme oder deine Hütte fällt bald dass ich berechne Wie auch immer einen schönen Tag wunsch 2.000 Jucken mich doch nicht 2.000 Jucken mich doch nicht Komm Komm Ich glaube mir eh fast bald alles Gameplay Ja Jona du Gibt es überhaupt was du sie noch kaufen kann? So Sonst habe ich da glaube ich nichts mehr So Jona Auch nicht weg Mann Walkthrough Machst du bitte einen Daim Mach ich nämlich auch ein Walkthrough draus Mach das an meinem Dann will ich dann noch alles kaufen Ah Errungenschaft freigestellt Dieser Computer geht ab Ich glaube ich habe jetzt alle Upgrades für meinen PC Einmal da aufrüsten Boah 2.000 ist schon Ich sage deinem herzlichen Glück und du hast einen Ich habe keine Ahnung was da ist aber Ich weiß nicht mal wo ich ein Geschenk her bekomme Bitte Abstehen Gameplay Way Jetzt habt ihr auch einen Ah 32 Ok Ihr habt ihr gleich auch so langsam eine Pause verdient Boah 100 194 3 4 4 4 4 5 4 Na ja, aber langsam geht dann auch in der Reiz, da können wir schon alles hatten, man kann jetzt nix mehr machen. Man schwimmt so gerade so im Geld mehr oder weniger. Also nicht weniger so. Ich kann hier die ganze Zeit alles kaufen gefühlt. Dann okay. So, das, das, das. So, das, 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 das. Man, die laufen alle so schnell. Ja, von mir aus macht das auch alter Holocamp. Und die Punkte. So. Mach's auch ne. Ich glaub ich mach noch das hier einmal. Ansonsten kann ich ja, hallo Schatz. Oh, das war auch, auch relativ gut. Nein, warte. Lauf nicht mehr mal weg. Nein. Stopp. Ich muss im Hauptland. Mann. Ja, von mir aus. Ich hab das Event geskippt, weil ich den einen weg machen wollte. Problem beheben, meine Sachen sind sowieso immer. Schlafen, essen. Ja. 4 Millionen Abonnenten, nein. Neue Karten warten. Gibt's denn auch Strike. Alles. Was gutes wegstriken. So geht YouTube. YouTube. Haha. Ja. Oh, halt bei echt nicht, Mann. Man, mach nicht. Danila, hoi. Abgeschlossen. Wow. Er isst doch was. Junge. Nice. Junge, isst doch was. So, dann einkaufen. Einkaufen. Problem hier eben lösen, ist kein Problem. Das finde ich halt echt blöd, dass man hier alles 1000 Mark kaufen muss, weil es erst dann langsam die Abgriffs gibt, wenn ich mir das noch leisten kann. Muss ich nicht 30 Mal an den PC gehen, damit ich da rankomme. Okay, hier. Dann gehe ich nach oben. Software gibt es anscheinend keinen besseren. Ich habe aufgenommen. Zusammen habe ich. Das wäre blöd, wenn ich. Ja, ich weiß, es ist auch jetzt mega spannendes Gameplay. Ich wollte, dass wir das einmal nochmal zum Abschluss bringen, wo ich hier noch einfach alles jetzt erreiche, mehr oder weniger. Oh nein. Oh nein. Das Geld wird langsam knapp. Okay. Hallo, Schatz. Ich habe jetzt noch ein Gameplay. Okay. Da bist du. Ja, stopp. Danke. hier ist nach oben da warten auch noch zwei ich glaube das mache ich einfach mal ein Zeitraffal es ist echt nicht spannend wie ich einfach hier rumlaufe und die ganze Zeit hier Sachen kaufe da einkaufen Junge so 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 Hallo Schatz Ja mach es einfach mit dem, ja passt schon Ok das wird reichen Ich kann einfach auf dem laufenden Band Prozieren ey Rechen die 5000 für die Schrauben Ok von mir aus Du sollst nach unten gehen So das war's mit Youtubers Live Ich bedanke mich fürs Zusehen Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder Bis dann Und wir sehen uns